Und einmal hier hoch. Da geht's lang. So, wie weit seid ihr jetzt? Ich bin hier gerade bei diesem Baum gedöhnt und muss hier irgendwie die Frucht suchen. Also die nächste Quest, die du auch bekommst. Also nächste Hauptquest. Ja, Gerüchte um Kisteni-Kastanien-Dings. Aber irgendwie finde ich hier nichts, was wie eine Frucht aussieht. Du bist doch draußen. Ähm. Das war falsch. Mal gucken, ob ich dir von der Ferne eine Dings-Einladung schicken kann. Eine Gruppeneinladung. Ich warte einfach mal hier. Von oben kommt man nämlich ohne rein, dass man vielleicht auf der Plattform landen könnte. Du musst Casadrasil erwecken, oder? Ja. Und ich stehe direkt bei dem vorm Teil und da unten ist aber halt nichts drin. Deswegen gehe ich hier auch gleich hoch. Ich warte nur auf dich. Ich komm. Ich bin gerade unterwegs. Ja, dass ich dich in die Gruppe einladen kann. Oh, Black Moon Sissy noch? Ja. So wie im DC? Ja. Okay. Äh, du bist offline? Ach, Black Sissy. Weiß ich ja. Oh. Da war ja was. Hm. Black Sissy. Hast du eine Einladung bekommen? Sehr schön. Ja. Das wäre aber die wenigstens in der Einladung nicht. Was soll denn? Irgendwas denn? Ja. Ja, aber da unten drin ist halt nichts. Kann man mit? So. Ich. Yes. Hm. Musst du mal mit dem reden. Ja, du musst erst mal so eine Essenz haben. Drück mal J und dann die Quest anklicken. Und dann gehst du auf, äh, kannst ja noch das Elim an, Anoramas, äh, Essenz anklicken. Und die musst du halt finden. Und das sieht aus wie so eine dämische Frucht. Und wenn du mal hochguckst, dort oben sieht's aus, als ob du, als ob da eine Plattform wäre oder so. Weil, ich hab hier alles abgeguckt. Hier ist nichts. Ja, du, warte, 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 das geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Okay. Mit Elim, äh. Stimmt da, jöt. Elim, arum. Würfel. Etusessens, ähm, Marasessens. Ja, die Kugeln, die du im Inventar hast. Ach, die muss ich verwenden. Hm. Hm. Okay, hier. Würfel. Aber halt nacheinander. Jetzt. In. Ah. Ich brauchst du bis zwei nehmen. Ich bin gerade erst im zweiten. Ich bin gerade in der Mitte drin, in der links, dann in der rechts. Ich bin gerade in der Mitte drin, in der links, dann in der rechts. Okay, ich hab erst das Weiße genommen. Okay. Das war's für heute. warte mal bei mir sind gerade mobs aufgetaucht ich angreifen musste du hast welche es hast du jetzt als erstes genommen stimmt die anorama essenz ich hatte als erstes die anorama ist sind an die triemen noch ist sondern die tun es ist ein so wie es das quest auch gesagt hat okay dann muss ich das auch noch mal versuchen jetzt hier ruft mich mit der essenz meine brüder warum weckt ihr mich die war großer kassadrasil ich erbitte was nur ihr geben könnt neues leben für kurngalfsberg versteht dass dies keine einfache bitte ist die dera der flamme konnten das uralte eis nicht schmelzen egal mit welcher magie aber solange meine wurzeln nicht wählen wird das eis kurngalfsberg nie ganz bedecken ok du wirst angegriffen ich wurde angegriffen wo es auch von solchen komischen dings fischern mhm die spawnen hier so sprecht mit albtraum geplagter ceska so 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 Das darf man nicht vergessen. Hier rennt ein Hund hinterher. Lass es hinterher rennen. Ich habe Kopfschmerzen. Das Handelstalent der Query. So, kurz gucken was habe ich bekommen. Brustplatte. Sprecht mit Dingensbummens. Ach der ist da hinten. Das ist mal eine große Map. Drücke mal, wenn du die Quest offen hast, auf finden, dann wird er dir ja angezeigt, wo der ist. Und wenn die Map offen ist, drück mal rechtsklick drauf. Finden. Rechtsklick drauf. Rechtsklick auf die Map. Da siehst du die Weltkarte. So, ähm... Irgendwo. Da hinten. Da hinten. Glaube ich. Sieht so aus. Da unten. Sieht so aus. Sieht so aus. Okay, ähm... Da hinten. Ihr könnt mir vertrauen. Nein. Ob sie die Obdella handeln. Ich sag ihm, dass sie das Geheimnis... Danke, dass ihr mich beehrt. Ihr könnt mir vertrauen. G-Gomorinerg wird zwar oft von den anderen gehänselt, aber eins steht fest. Die Mao sind verdächtiger als die Quirak-Händler. Jung. Warum seht ihr mich so an? Mmh. So, okay. Ausrüsten. Ja, schönes Silber. Ähm, Jot. Ach, Level 32 erst. Mhm. Äh, da fehlen wir noch 3 Level. Hm. Nicht nur die. das ist kein gültiges ziel ja gut wenn ich das jetzt richtig gesehen habe geben die Tiger ordentlich XP kann ein Tiger nicht losen weil mein Bignol im Weg steht bei mir sind die irgendwie immer leer aber die geben doch nie wirklich extrem viel XP man sollte vielleicht mal gucken ob es irgendwo noch Nebenquests gibt die man absolvieren könnte weil ich habe ja noch Level 5 und Level 10er Quests die ich machen kann bei Rotmähnenhöhle wäre bei mir noch eine Quest warte das ist das falsche Ziel Quest also bei Quest wenn ich jetzt Quest offen habe bei Krieg habe ich nichts bei Normalquests habe ich halt Stufe 5 und Stufe 10er Quests wo ich gewisse Sachen Kampf gegen Mechern, Dingsbums, Bastonnen gegen die Seuche und Kampagnenquests habe ich nur eine einzige Meins auf der Karte Achso warte ähm wo wo die Rotmähnenhöhle oh Gott wo ist die denn Rotmähnenhöhle das sind 3 sogar na dann lass hingehen ja wäre ja sinnlos wenn wir die nie machen würden mhm ähm hier unsere Sache ist gerecht ok ok das ist Stufe 31 Quest Seid gegrüßt haha Stufe 32 Quest äh ich glaub die können wir auch nicht machen ach das kriegen wir schon mal äh ich glaub die mit meinem Meinen auch erst schon früher gemacht was wünscht ihr? Stufe 30 ok aber ich dachte die kannst du erst auf dem Level machen mhm es ist nur empfohlen ok es ist soweit ich das jetzt weiß gut und Stufe 28 so gut ähm einmal hinsetzen ist noch eine hier? nö nö gut